Die Firma AKE hängt mit der Firma Ideal, ist unsere Mutterfirma, hängt zusammen praktisch. Die Firma AKE gibt es seit 21 Jahren jetzt. In der Firma AKE arbeiten 240 Beschäftigte, in der Firma Ideal arbeiten 220 Beschäftigte. Die Firma AKE hat sich spezialisiert für Vitrinen für den Fast-Food-Sektor, speziell Tankstellenbereiche, namhafte Fast-Food-Ketten und das ganze Europa und auch Übersee-Bereich. Wir haben uns spezialisiert auf Sonder-Vitrinenbau, Losgröße 1. Also bei uns kann man jede Vitrine eigentlich ein Stück oder 100 Stück oder 1000 Stück haben, speziell für den Kunden gefertigt und das Ganze innerhalb von drei bis vier Wochen sämtlichen Sonderbau beim Kunden. Zur Blechfertigung bei uns wird alles bei uns im Haus produziert. Wir verarbeiten im Jahr ca. 2500 Tonnen Edelstahl. Ausschließlich Edelstahl wird weiterverarbeitet im Dreischichtbetrieb über Stanzlasermaschinen automatisiert. Geht weiter zu Abkampressen, Gesenkbiegemaschinen und jetzt die Neuerung eine Salvanini. Blech ist bei uns immer mit Gesenkbiegemaschinen gebogen worden, was sehr aufwändig ist und das Schwierige ist einfach, dass man Fachpersonal braucht und wie es in Österreich, also Europa generell ist, ein großer Fachpersonalmangel besteht, sind Gedanken zur Automatisierung entstanden und so ist der Weg zu Salvanini entstanden. Die Findung zur richtigen Maschine eigentlich entstand, dass wir zu Salvanini nach Einzlauf gefahren sind. Durch Probekantungen auf B1, B2 haben wir uns entschlossen, das Richtige ist die B1 für uns. Der große Vorteil von der B1 ist für uns, wir sparen uns sehr viele Arbeitsschritte. Das beste Beispiel für uns sind gewisse Tassen, in jede Vitrine, jede Kühlwanne kommen Tassen mit Abkantungen und Falzungen oben drauf. Und das ist durch Gesenkbiegemaschinen sehr schwierig, wird in zwei Schritten gemacht, ist sehr aufwendig. Im Zuge eigentlich, Salvanini braucht nur ein Viertel von der ganzen Zeit. Dann ist einer von den größten Vorteilen für uns, ich kann angelerntes oder Hilfspersonal einsetzen, in Stückzahl 1 bis 1000. Ich kann offline programmieren mit einem Strichcode, geht der Teil zur Maschine und wird automatisch gebogen, ohne dass ich Fachpersonal brauche. Die Beziehung zwischen Salvanini ist sehr gut eigentlich, ob servicetechnisch, verkaufstechnisch. Man wird sehr gut beraten eigentlich und der Service ist sehr prompt und effektiv. Ein riesen Vorteil ist auch die Wiederholgenauigkeit. Die Biegung ist von der ersten bis zur tausendsten Biegung ganz genau. Was ein riesen Vorteil für uns ist, weil wir sehr viel Laserschweißen mit Robotern und da ist die Genauigkeit sehr wichtig. Wir haben sehr viel Technologie für uns gewonnen eigentlich. Man kann in der Konstruktion umdenken, schon Blechmaterial einsparen und effektiver und schneller arbeiten. In den nächsten Jahren wird sicher noch eine B1 oder B2 bei Firma AK installiert. Absolutely Touhabe Sohn лер öl 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 Untertitelung des ZDF, 2020